Willkommen zurück, liebe Leute, hier zu Let's Play Dying Light The Following. Mein Name ist Luzi und ich begrüße euch hier natürlich recht herzlich zurück im letzten Party bei dem Damm stehen geblieben. Und ich frage mich aber gerade, ob man hier jetzt eigentlich rein muss. Man muss hier lang, ne? Das hat mir fast schon gedacht, ey. Gut, dann... Auf ein frohes Gelingen, liebe Leute. Schalten Sie den Hauptschalter ein, ja? Herzlichen Glückwunsch. Wollen wir nicht erstmal die Räume hier überprüfen? Da ist zu, ne? Da passiert nix. Okay, die Tür ist zu, alles zu. Von hinter uns kann nix kommen, theoretisch. Ich lasse mich mal auf das Abenteuer hier ein. Ich muss ja fast. Mir bleibt ja nix anderes übrig. Beziehungsweise uns, Leute. Ihr seid ja auch mit live dabei hier. Und anscheinend... War's das schon? Nein, okay. Oh Gott. Oh, fuck. Never. Nee, nee. Nie im Leben. Kacke. Warum kann hier etwas einfach sein? Ähm, 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 ähm. Alter. Alter. Alter, nie im Leben habe ich eine Chance gegen den. Ja, und jetzt? Die muss ja da hoch. Kann die ja runterfallen. Das wäre ganz geil, irgendwie. Hallo, mein Freund. Oh. Stinky Pupsi. Ich habe noch drei Schuss für dein scheiß Gehirn, du Kack-Lappen. Ja, der erste ging schon mal daneben. Das hat alles keine... Alter, wer war das denn jetzt wieder? Oh, diese Fack-Spucker unter mir, ne? Ja, toll. Wie die Geier, so stehen sie da, ne? Ich weiß nicht, ob ich hier erstmal safe bin. Ach, ich glaube, ich bin hier nirgends safe, ey. Das kannst du echt vergessen. Oh Gott. Okay, ich muss immer wieder rüber. Da komme ich noch nie im Leben rüber. Aber ich kann aber runter, ne? Ich frage mich, ob es springt, wenn ich da unten bin jetzt. So gut wie gar nichts wahrscheinlich. Es bringt mir wahrscheinlich nix. Ich glaube zumindest, dass es nix bringt. Alter, ist alles voller Zombies. Die kommen ja nicht mehr weg, ne? Und die treffen auch sehr gut. Oh ja, nicht nur du, Alter. Ja, gut. Wir müssen aber da lang, ne? Es bleibt nichts anderes übrig. Das Ding ist, hier haben wir auch keine gute Waffe mehr, ne? Das ist halt echt scheiße gerade. Doch, die Hakenklinge können wir natürlich noch benutzen, aber... Ja. Haltbarkeit. Ja, die ist leider kaputt. Nehmen wir die Hakenklinge einfach. Ah, das gibt's doch nicht. Ich bin doch ausgewichen, Mann. Da ist noch einer, ein Spucker. Den werde ich jetzt töten. Okay. Der lebt ja immer noch, Alter. Boah, das gibt's nicht, ey. Was hält denn der aus? Boah, bist du widerlich, ey, Typ. Diese ganzen Zombies, die sind alle schon verpestet und vergammelt. Da bleiben sogar die, die Wortwahl schon weg hier. Ich stotter schon wieder hier. Ja, weg mit dir, du Stück Scheiße. Du auch. Du hast sowieso nichts zu melden. So. Lass mal Ruhe hier, oder was? So, meine Waffe ist auch mal wieder hinüber. Ich hoffe, jemand hat hier Metallteile dabei. Das wäre echt Premium. Wahrscheinlich wieder nicht, ey. Das ist zum Kotzen. So. Dann gehen wir jetzt mal da lang. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Wahrscheinlich nicht. Aber, ähm. Versuch ist es natürlich wert. Ah, okay. Anscheinend war das doch der korrekte Weg. Oh, ich bin sehr vergammelt hier, ey. Oh mein Gott. Ach, du Scheiße. Und das heißt natürlich, wir müssen, hä, hä, da lang. Also, wir haben echt nicht mehr viele Waffen. Das sind aber alles easy Zombies, ne? Das ist kein... Kein Zombie, wo ich sagen würde, fuck. Lol. Daneben. Neue Kraftschufe. Wunderbar. Okay. Das lief ja schon mal. Ah, die Kraftschufe können wir echt hier brauchen jetzt. Okay, die haben alle nichts dabei hier, ne? Schade. Gibt es hier was gebrauchbares? Lackierung. Okay, eine Errungenschaft oder sowas. So eine... Also eine Nebenaufgabe, kann man sagen. Aber ansonsten, äh, gibt es hier nichts mehr. Es wird auch öfter mal Q-Spam. Das vergesse ich immer wieder. Ach, hier geht es auch nicht weiter. Ja, GG. Ne, sag ich jetzt nicht, ich muss da lang, Alter. Ne, geht gar nicht. Oder? Ne, geht nicht. Okay. Ähm. Ja gut, dann muss ich wieder zurück, ne? Dann war das hier eigentlich nur so für eine Errungenschaft. Das ist ja gut, ey. Hier geht es auch nicht weiter. Ne, war zu. Ja, fuck, ey. Müssen wir echt... Müssen wir echt einfach... ...zu diesem Monster gehen und den Schalter da umknüppeln? Ey, das... Das hältst du ja im Kopf nicht aus, Mann. Na gut, dann, äh... Wär das wohl so sein, ne? Ach, und da oben ist doch so ein Spucker. Oder? Oh, Mann, ey. Rip my brain. So, jetzt... Das Ding ist, wir kommen jetzt wieder da hoch, ne? Hier wahrscheinlich. Okay, hier nicht. Aber doch, müsste eigentlich gehen. Na, das klappt auch nicht. Ähm... Ja, das sind natürlich jetzt ganz gute Fragen, ne? Ja, ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Ruhig, Blut, Junge. Ruhig, Blut. Ja, gut. Ich meine, hier kann man bestimmt hoch. Ja, Wollo. Geht doch hier. Easy. Schade, da geht nix. Ah, die sind über Lücken. Müssen wir aufpassen. Ohlalalala. Das ist echt eine Geburt, ne, Leute? So, jetzt da rüber. Da müssen wir wahrscheinlich... Echt, wenn du jetzt so einen Stein schmeißt... Oder so ein Felsen... Ist eher ein Felsen, Alter. Wenn das so einen Felsen schmeißt... Müssen wir dann wahrscheinlich direkt zum Schalter sprinten... Und dann aktivieren, ne? Wo war denn das Loch? Da oben? Ne, nicht da oben. Oder kann man auch da rüber... Man kann ja auch runter, theoretisch, ne? Wofür wird denn das lang? Ja, das sind wir einfach gefangen dann, ne? Aber da rüber kommen wir wahrscheinlich auch nicht einfach so. Oder ist hier so ein Schalter? Ne, ne? Hier ist auch nix. Was man jetzt hier aktivieren könnte. Darüber kommt man da rüber? Die andere Frage ist, was bringt uns das, da rüber zu kommen? Ach, guck mal, da oben ist der... Der übertriebene Endboss, quasi. Oh, jetzt mach ich ganz klar, die Musik, ne? Aber wir müssen noch eins höher. Sonst wird das nix. Okay, okay, nice. So, hier müssen wir rauf, theoretisch. Und hier können wir aber auch nichts weiter machen. Außer halt... Ja, wir müssen da hochgehen. Es bleibt nichts anderes übrig, ne? Ja, toll. Jetzt müssen wir es natürlich irgendwie schaffen, da hochzukommen. Schnell, bitte. Schnell. Oh, fuck. Oh, das hat uns voll erwischt, ey. Okay. Haha, das ist echt ein Arsch, Alter. Weißt du das? Das ist echt ein Lappen, Mann. Fuck. Du Kack-Lappen. Oh, shit. Okay. War das gut, dass wir hier rein sind? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Nee, eigentlich nicht. Da ist der Schalter. Sag ich jetzt nicht, ich bin hier gefangen. Nee, bin ich nicht, oder? Scheiße, bin ich jetzt hier gefangen, oder was? Achso, nein, hier kann man rauf, ne? So, der ist jetzt unter uns. Kann man denn nicht irgendwie ins Loch da jagen, oder so? Komm mal her, Alter. Komm her. Wir sind hier. Na, komm zu Mami. Oder zu Papi. Oder auch nicht. Oh, hast du keine Lust, zu Papi zu kommen? Oh, fuck. Doch, Alter. Willst du mich verarschen? Alter. Ja, muss ich jetzt... Oh, jetzt muss ich doch noch runter. Okay, easy. Ja, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Kehren sie zurück. Kehren sie zurück. Kehren sie zurück. Ja, gut. Na, genau. Jetzt ist ja alles unter Wasser noch, oder was? Oh, Leute, Leute, Leute. Also, das habe ich hier schon mal aufgeräumt, ne? Das heißt, ich habe schon mal Vorarbeit geleistet, quasi. War doch einfacher als gedacht. Man muss einfach nur ein bisschen tricky unterwegs sein. Dann klappt das schon. Aber die Frage ist halt, wo geht es denn jetzt hier lang? Ach, jetzt kann man das drehen, natürlich, ne? Okay, verstehe. Alter, aber das Game ist... Alter, ich finde das Game so geil, ne? Oh. I love this game. Also, ich bin mal gespannt, wo es hier lang geht. Okay, ich bin draußen, ne? Oh. Okay. Uh. Ja, aber Ali, Alter. Ich brauche Metallteile, man. Das kann so wenig weitergehen. Oh, wenigstens sind wir mal draußen, ne? Aus dieser Gülle. Bin ich echt froh. So, dann gucken wir mal, was da draußen abgeht. Wahrscheinlich nichts Gutes, ne? Wahrscheinlich nichts Gutes. So, sie haben nicht verteilte Fähigkeitspunkte. Das geht mir jetzt ein bisschen auf den Keks, ne? Kraftstufe hier. Müssen wir mal gucken, was wir machen. Waffenliebhaber. Sie lernen, wie sie Waffen effizienter einsetzen. Nahkampfwaffen halten länger. Das ist natürlich sehr geil. Ein kräftiger Schlag, der ernste Schäden zufügt, aber mehr Ausdauer verbraucht. Ich mache auf jeden Fall die Haltbarkeit der Waffen höher. Weil das ist mir natürlich auf Dauer ein bisschen zu anstrengend, muss ich sagen. Guck mal, da kann man echt alle untersuchen, ne? Krass. Wollte ich mal kurz austesten, ob das wirklich geht. So, ähm. Okay, und zieht durch die Kanalisation zu Ali zurück. Okay. Das ist da unten drin, oder wie? Ah, ich muss die jetzt alle töten noch. Ja. Das könnte sich ein bisschen als schwer erweisen hier, ne? Oh, fuck, unser Ausdauer ist wieder am Arsch. Im Eimer. Das sind alles so zombies, die nicht so schnell sind. Das ist sehr gut. Metallteile! Oh Gott, ich kann mein Ding, ich kann meine Machete wieder reparieren. Oh, wie geil, ey. Das ist ein guter Tag gerade. Ah, jetzt halt die Backen, ey. So. Die machen ja wie gar nichts. Haben die jetzt Schiss, oder was? Kein Hunger mehr? Okay, die Waffe ist auch hinüber. Ähm. Mit der treffe ich mir nicht so gut. Die, 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 die schlägt so komisch. Ah, es geht doch. So seitlich ist besser. Jawohl, nice. Gut. Okay. Ach, da ist unser, unser Freund. Der ist leider tot. Okay. Okay, hier gibt's nix mehr. Wir gehen also rein. Alles klar. Ich komme erst raus, wenn es sicher ist. Sag Bescheid, wenn es sicher ist. Es ist sicher. Okay, ich glaube, es ist jetzt sicher. Jesus, was ist passiert? Keine Ahnung. Er sagte nur, wir müssten jetzt gehen. Führte er mich hierher, sagte, ich soll reingehen und abschließen. Jetzt ist er tot. Möge die Mutter seine Seele segnen. Lass uns gehen, Ali. Du sagtest, du müsstest da draußen noch was zu Ende bringen, richtig? Ja, ich war fast fertig. Ich muss nur noch ein paar Schalter drücken. Ich halte so lange Wache. Bereit? Ja, lass uns gehen. Je schneller wir es hinter uns bringen, desto besser. Boah, ist doch mal eine lange Mission hier, ne? So, was haben wir hier noch für eine Waffe? Na, super. Da drin ist safe, hast du gesagt? Okay, beschützen Sie, Ali. Okay, warte. Bevor wir das machen, brauche ich meine Machete. Und reparier die auch direkt hier. So. Ohne die Michelle, die mache ich hier gar nichts, ey. So, dann mach mal, Ali. Ich zähle auf dich. Wir müssen hier raus, Alter. Wir können nicht so lange hier bleiben. Das geht nicht. Hier ist alles voller Zombies. Der ganze Komplex ist hier verseucht, ey. Verseucht und vergammelt. Ich drehe die kleine Mane, ey. So. Ali, ich zähle auf dich, ne? Gönn dir. Ich meine, wir sind sehr leise. Oh. Ich hab's gleich. Shit. Wir sind sehr leise. So viel dazu. Das hat sich wohl ausgeleisert. Die Zombies unten jucken mich jetzt nicht groß. War der da zum Beispiel oder der hat mich gerade ein bisschen gejuckt. Alter. Ali. Äh. Ich werde dir ganz verbunden, wenn du dich ein bisschen beeilen könntest. Fast fertig. Oh mein Gott. Ich bin auch bald fertig. Alter, fuck. Ich brauche ein Medikator ganz schnell. Okay. Okay, ganz ruhig. Ui, 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 ui. Leute, Leute, Leute. Das wird jetzt sehr knapp, ne? Ich muss es sofort nehmen. Kann ich das nicht im Inventar schon benutzen? Das wäre schon sehr geil. Äh, wo ist ein... Inventar, okay. Wo ist ein... Hier, geh mal runter, bitte. Äh. Ich kann nicht mehr scrollen, wieso? Was habe ich gemacht? Äh, was war denn das jetzt? Oh, der Junge hat keine Ausdauer mehr. Ja, was ist das denn? Ja, dann beeil dich ein bisschen, bitte. Alter. Alter. Alter, was sind das für Zombies, Alter? Ali, ich glaube, äh... Also langsam, ne? Was können die denn so springen, Alter? Das hätte... Boah, ey, das ist ja... Das ist ja echt... Okay, das sollte es gewesen sein. Ja, im Ar... Öh, ich bin hier noch drin, Alter! Oh. Alter, what ist... Was war das jetzt gerade für eine Geburt, ey? Bist du mich gerade ernsthaft verarschen, Ali? Ich dachte, da kommen jetzt so zwei, drei, vier, fünf Zombies, ne? Kommen da 20 Stück um der Ecke. Sollen wir mal eines sagen, das Spiel ist leicht, ey? Dann läuft der Strom wieder, dauerhaft? Im Moment läuft er. War so alt und abgewrackt, wie diese Anlage ist. Kann ich nichts versprechen. Okay, ich verschwinde dann von hier. Kommst du mit? Nee, hier ist es jetzt sicher, oder? Ich bleib noch eine Weile hier und beobachte alles. Nur um sicher zu gehen, dass nicht alles sofort wieder durchschwungen. Oh mein Gott. Aber die ist schon klar, dass da drin noch ein großer Vetter ist, ne? Neue Vertrauensstufe erreicht. Die sind jetzt ein Neuling. Ja, super. Immerhin, ey. Boah. Alter Vater, ey. Das glaubt mir auch keiner hier, ne? Kann man hier irgendwie wenigstens schlafen oder so? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, da kann man pennen. Das sieht man ein an. Kehre zuerst hier zurück. Leute, ich beende mal die Aufnahmestession heute. So, beziehungsweise diese Aufnahme hier. Leute, Entwurf. Nice. Danke fürs Zusehen an dieser Stelle. Und... Ja, kann man doch nicht schlafen. Und... Ach, geil. Fahrzeug zurückholen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Und ich sage einfach mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Luzi. Haut rein. Tschüss.